So, nachdem wir uns jetzt quasi den Kern von so einem DSGE-Modell angeguckt haben, wollen wir jetzt die Session abschließen, indem wir jetzt noch so ein paar Aspekte durchgehen. Zum einen wollen wir uns mal angucken, wie diese DSGE-Modelle eigentlich in der Politikberatung im Moment verwendet werden. Ein großer Grund ist, selbst wenn man jetzt sagt, okay, dieses Modellierungsframework und dieser Fokus auf den exogenen Schocks ist irgendwie schräg, das interessiert mich nicht, ich glaube nicht, dass ich damit was lernen kann. Okay, granted, trotzdem sollte man sich mit DSGE-Modellen beschäftigen, weil sie einfach in der Politikberatung eine extrem wichtige Rolle spielen. Das heißt, einfach um sich mit anderen Leuten richtig streiten zu können, allein dafür ist es wichtig, ein besseres Verständnis von diesen DSGE-Modellen zu bekommen. Sonst versteht man auch überhaupt nicht, warum manche Leute oder manche Ökonominnen auf ihre Politikvorstellungen kommen, wenn man nicht weiß, wie diese DSGE-Modelle, die denn Beurteilung von politischen Maßnahmen zugrunde liegen, funktionieren. Also allein dafür ist es wichtig. Wenn man ein bisschen rumrecherchiert jetzt, wie das zum Beispiel bei der FED abläuft. Bei der FED ist es so, wenn sich da das Board trifft, um bestimmte Politikmaßnahmen zu diskutieren, dann ist es immer so, vor jedem Meeting gibt es diese sogenannten Teal-Books. Diese Teal-Books bestehen aus zwei Teilen insbesondere. Der erste Teil besteht aus Vorhersagen für makroökonomische Kernindikatoren und nicht alle von diesen Vorhersagen, aber einfach sehr viele basieren auf der Anwendung von DSGE-Modellen. Zum Beispiel diesem Modell, was ich vorhin angesprochen habe, was von der FED verwendet wird, das kann man sich auch tatsächlich angucken. Man kann sich, glaube ich, sogar den Modellcode runterladen und selber damit rumexperimentieren. Das heißt, allein dafür ist das Grundverständnis von DSGE-Modellen wichtig, weil einfach, zumindest bei der FED, aber auch beim IWF, ganz vielen anderen, bei der Europäischen Zentralbank, Europäische Kommission, die Vorhersagen, mit denen sich die Expertinnen beschäftigen, oder die die Expertinnen ihren Entscheidungen zugrunde liegen, ganz viele davon kommen einfach von DSGE-Modellen. Der zweite Teil von diesem Teal-Book bei der FED ist dann die Simulation von verschiedenen Politikmaßnahmen, auch das ist extrem wichtig. Da gibt es in der Regel immer so drei Szenarien, Szenario A, B, C, und diese Politik-Szenarien werden eben auch mithilfe von DSGE-Modellen modelliert. Und auch hier eben wichtig, was Leute von Politikmaßnahmen halten, basiert eben häufig auf daraus, welche Rolle diese Politik-Implikationen in DSGE-Modellen analysiert werden. Und das ist eben nicht nur so bei der FED, das ist bei Zentralbanken auf der ganzen Welt so, das ist beim IWF auch so, da ist der Fokus dann vielleicht nicht so sehr auf der Geldpolitik mehr, so Tariffs oder Zölle, wie die gesetzt werden sollen und so weiter, überall sehr, sehr wichtig, quasi die DSGE-Modelle. Auch, wenn man ganz ehrlich sagen muss, gerade in nichtstaatlichen Akteuren, aber auch bei staatlichen Akteuren, ist es schon so, dass alternative Methodologien einen gewissen Auftrieb erfahren. Das heißt nicht, dass die im Umfang auch nur annähernd quasi so weit verbreitet sind wie PSGE-Modelle, aber ein Trend ist sichtbar. Mit alternativen Methoden meine ich hier vor allem, so Stockflow-Consistent-Modelle und insbesondere agentenbasierte Modelle, mit denen wir uns in der nächsten Session beschäftigen. Im nicht-öffentlichen Sektor, also im privaten Sektor, scheint es so zu sein, dass DSGE-Modelle eigentlich nicht wirklich verwendet werden, auch nicht zu Vorhersagezwecken oder Erklärungszwecken, allerhöchstens als Signaling. Also die Firmen, die haben sozusagen ihr DSGE-Modell, die zeigen damit, wir checken das, wir können das, aber wirklich verwenden tun die meisten ja eigentlich nicht. Also da gibt es jetzt hier ein Zitat von einem Blog, The ability to make DSGE-Models as valuable to companies, even if the models themselves aren't. Also auch ein Argument, insbesondere von den Kritikerinnen, die sagen, diese DSGE-Modelle, die werden eigentlich nur entweder aus Login-Gründen oder als Signaling-Device verwendet, aber nicht, weil die Leute, die wirklich ihr Geld jetzt zum Beispiel mit Finanzmärkten machen, diese Modelle irgendwie nützlich finden. Aber wie gesagt, auch dazu gibt es eine Debatte, schaut euch den Blog und die Kommentare, den ich da verlinkt habe, mal an. Für mich die Takeaway von dem Ganzen ist die, ein Grundverständnis von DSGE-Modellen ist hilfreich, völlig unabhängig davon, ob man sie nutzt oder nicht, weil man einfach besser versteht, wie andere Menschen, insbesondere im Bereich der Politikberatung, zu ihren Schlussfolgerungen kommen. Und da kann man natürlich in der Diskussion diese Leute auf eine ganz andere Art und Weise abholen, als wenn man jetzt von DSGE-Modellen noch nie was gehört hat. Dann als nächster Punkt wäre jetzt die Rolle von DSGE nicht so sehr in der Politikberatung, sondern tatsächlich in dem akademischen Diskurs oder in der akademischen Community. Ich denke, hier ist es noch viel klarer als sozusagen vorher. Also DSGE-Modelle sind einfach im makroökonomischen Diskurs der Mainstream-Ansatz. Die werden da einfach extrem breit verwendet und sind sozusagen, glaube ich, das, wo so die Mainstream, die Cutting-Edge-Research passiert. Nichtsdestotrotz, das hat ja schon das Solo-Zitat am Anfang gezeigt, sie sind auch da, gibt es viele auch namhafte Kritikerinnen. Und ich möchte hier mal so ein paar ausgewählte Kritikpunkte jetzt nicht im Detail besprechen, da fehlt uns die Zeit, aber einfach, dass ihr die mal gehört habt. Klassischer Kritikpunkt ist, dass DSGE-Modelle blind gegenüber Heterogenität der Agenten sind. Das ist vor allem was, was wir so aus der evolutorischen Perspektive, die wir letztes Mal kennengelernt haben, wird es regelmäßig kritisiert. Und so ganz hundertprozentig korrekt ist das natürlich nicht. Es gibt diese Heterogeneous Agent Neoclidian Models, wo eine gewisse Agenten-Heterogenität drin ist. Aber man muss natürlich auch sagen, an der Kritik ist schon was dran. Die Heterogenität ist sehr basal, sehr ad hoc. Die Agenten unterscheiden sich dann zum Beispiel im Einkommen beziehungsweise in ihrem marginalen Konsumverhalten. Das ist absolut nicht vergleichbar mit der Heterogenität, wie sie zum Beispiel in der evolutorischen Ökonomik, Stichwort T9, wir die gesehen haben und die da praktiziert wird. Und insbesondere, und das ist, glaube ich, der absolute Kern hier, es gibt keine direkte Interaktion zwischen den Agenten. Wir gehen davon aus, dass wir in einem Gleichgewicht starten in der Ökonomie. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Wir sind in einem Gleichgewicht. Die Agenten optimieren intertemporal, aber sie haben nicht wirklich eine Interaktion miteinander nur über das Gleichgewicht hinweg. Und wir werden das gerade nächste Session mit den Agenten-basierten Modellen sehen. Diese Heterogenität wird halt vor allem dann wichtig, wenn die Agenten direkt miteinander interagieren. Und die Heterogenität ist halt nicht annähernd so zentral, wenn man halt diese direkte Interaktion weglässt. Also das heißt, hier ist, glaube ich, an diesem Kritikpunkt schon, der ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber man muss aufpassen, wie man ihn formuliert. Man kann nicht einfach sagen, hey, Heterogenität fehlt. Dann sagen halt natürlich alle sofort, ja, hey, aber Heterogenität haben wir doch jetzt hier. Du kennst dich einfach nicht mit der aktuellen Forschung aus. Nee, man muss es schon ein bisschen genauer spezifizieren, auch diesen Link zur direkten Interaktion der Agenten bringen. Und diese fehlende direkte Interaktion ist sowieso einfach so ein bisschen eine Krux, dass halt viele von den Phänomenen, DSGE-Modellen, die vielleicht ganz gut zu den Daten passen, halt nicht wirklich endogen entstehen. Also wir haben halt irgendwie dieses Gleichgewicht, und das ist auch super, dass das alles so schön konsistent ist und so weiter, aber so generativ durch direkte Interaktion der Agenten, wie das in agentenbasierten Modellen ist, entsteht dieses Gleichgewicht nicht. Also man cheatet da schon in dem Sinne so ein bisschen, dass man im Gleichgewicht startet und dann halt einfach diese exogenen Schocks da drauf jagt. Das ist auch quasi der nächste Kritikpunkt. Diese DSGE-Modelle sind nicht generativ. Wir nehmen an, das Gleichgewicht gibt es, wir haben keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, und alle Dynamiken außerhalb des Gleichgewichts werden ausgeklammert. Also wir berechnen diese Impulse-Response-Functions und sagen dann halt, naja, als Reaktion auf ein Gleichgewicht passt sich das dann alles so und so wieder an. Aber jetzt wirklich Ungleichgewichts-Dynamiken, wie sie jetzt zum Beispiel im evolutorischen Ansatz total zentral sind, kommen da nicht vor. Also jetzt in dem Sinne, Schumpeter wäre von diesen Modellen wahrscheinlich nicht sonderlich angetan. Und was natürlich in dem Moment hier dazukommt, ist dieser, also irgendwie dieser komische Fokus, Entschuldigung, dieser Fokus auf den exogenen Schocks, die halt einfach extrem viel erklären. Ihr habt es jetzt gerade in dem ABC-Modell gesehen, exogene Schocks, von denen wir keine Ahnung haben, wo sie herkommen, ausgeschaltet. Wir bleiben einfach die ganze Zeit im Gleichgewicht und nichts passiert. Also da fragt man sich ja dann schon, ist da diese Bezeichnung Dynamic in DSGE zumindest an erster Stelle? Naja, wie auch immer. Ich übertreibe vielleicht auch ein bisschen. Anyway, also dieser Fokus auf exogenen Schocks, könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich ein großer Kritikpunkt ist. Auch sowas, keine echte Bounded Rationality. Es ist jetzt so, dass in modernen DSGE-Modellen durchaus die Agenten nicht mehr rein, also die optimieren immer, aber man nimmt an, dass sie zum Beispiel Adjustment-Kosts haben, dass sie zum Beispiel nicht sofort ihr Investitionsverhalten ändern können, dass sie nicht sofort ihr Arbeitsangebot verhalten können. Damit versucht man sozusagen, Entscheidungsimperfektionen abzubilden. Aber, also ich hoffe, dass das jetzt nicht sexistisch ist. Also ich habe jedenfalls diese Formulierung hier gefunden, one cannot be a little bit pregnant. Also entweder man ist jetzt Bounded Rational oder man ist es halt nicht. Und so ein paar Adjustment-Kosts sind halt eher dann doch eher nicht Bounded Rational, sondern halt eher fully rational. Immerhin sind die DSGE-Modelle das Ergebnis von der Rational-Expectation-Hype-Revolution. Also, naja, das ist dann halt so mit Bounded Rationality so ein Ding. Das wird jetzt nächste Woche nochmal total im Zentrum stehen, was man unter Bounded Rationality tatsächlich verstehen kann. Wahrscheinlich nicht unbedingt das, was jetzt auch in den modernen DSGE-Modellen, die da ihre Adjustment-Kosts mit drin haben, ist. Also da ist, denke ich, schon ein wichtiger Unterschied. Insbesondere, weil einfach alle Abweichungen weiterhin optimierende Agenten annehmen. Und was jetzt natürlich, könnte man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen fiese Kritikpunkt, es gibt nicht wirklich eine Verbindung zwischen langer und kurzer Frist. Also jetzt gerade in den ABC-Modellen ist der Fokus ausschließlich auf der kurzen Frist. Bei DSGE wird es manchmal hier und da ein bisschen besser, aber insgesamt auch nicht so. Gerade technologischer Wandel ist oft nicht zentral in den Modellen. Gleichzeitig ist technologischer Wandel aber halt nochmal zentral für langfristige Dynamiken. Das heißt, das ist definitiv ein Kritikpunkt an den DSGE-Modellen, dass sie da einen wichtigen Aspekt letztendlich ausklammern. Okay, noch mehr Kritik. Empirisch inkonsistent mit stilisierten Fakten auf verschiedenen Ebenen. Also auf der einen Seite natürlich haben wir hier so ein bisschen einen Widerspruch, DSGE als Data-Driven Approach. Das ist richtig in dem Sinne, dass halt tatsächlich viele neue Innovationen in diesen Modellen motiviert werden durch Daten. Gleichzeitig habe ich ja auch schon gesagt, naja, so ein bisschen selektiv ist die Auswahl der Daten schon. Also man, gerade diese Varshocks auf Monetary Policy etc., in denen gibt man ein relativ großes Gewicht. Jetzt sowas wie, man sagen würde, das ist ja eigentlich noch einfacher, die Firmengrößenverteilung, Kreditnetzwerke und so weiter, eher nicht so. Also das ist ja zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, der gerade aus der evaluatorischen Ökonomik immer kommt, wo man sagt, die krasse Größenverteilung und Heterogenität von Firmen ist absolut zentral für die Dynamik einer Volkswirtschaft. Das ist ein bisschen schräg, wie mit der Heterogenität in DSGE-Modellen umgegangen wird. Selbst die, die eben heterogene Firmen haben, da bleibt einfach die Heterogenität zum großen Teil dann doch irgendwie in der Blackbox. Frenzianer sind mit anderen Dingen unzufrieden, die kritisieren halt diese implizite Angebotsorientierung und die fehlende Rolle von aggregierter Nachfrage. Da gibt es natürlich auch ein paar DSGE-Modellierer, die sich das zu Herzen genommen haben und auch entsprechende Modelle formuliert haben. Insgesamt kann man aber für das Paradigma als Ganzes sagen, dass diese Angebotsorientierung jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Evolutorische Ökonomen finden das jetzt nicht gar so grauslich. Die hadern eher mit der Gleichgewichtsorientierung und der limitierten Betrachtung von technologischem Wandel. Sprich, ihr seht schon, jeder findet an diesen Modellen auch was, was ihm oder ihr nicht passt. Gleiches dann natürlich monetäre Ökonomen, die sagen, okay, Geldschöpfung gibt es in ein paar Modellen, aber sehr, sehr wenig. Also da gibt es nur in absoluten Ausnahmemodellen. Und was jetzt vielleicht so ein bisschen der fieseste Kritikpunkt ist, der häufig so von Leuten, die ein bisschen aus der Statistik kommen, formuliert wird, die sagen, DSG ist nicht wirklich, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn ich jetzt ein Modell haben will, das gut deskriptiv Output validiert werden kann auf verschiedenen Ebenen, da sind sie irgendwie sehr stark limitiert, ja, irgendwie, also durch diesen, dass ich nicht richtig Heterogenität reinkriege, dass ich die Generativität nicht reinkriege, dass ich halt irgendwie nicht so diese Multi-Level-Calibration habe, wie das zum Beispiel bei den AVMs. Gleichzeitig, wenn ich jetzt aber die Modelle wirklich zur Vorhersage nehmen will, da sind sie irgendwie zu komplex, da sind sie überdeterminiert, da bin ich besser dran, wenn ich jetzt so ein reines datengetriebenes Makromodell nehme. Das heißt, wenn ich jetzt nicht irgendwie in dem Kontext groß geworden bin, ist so ein bisschen die Frage, warum will ich die jetzt zum Beispiel eigentlich? Oder eine ähnliche Kritik ist, die Modelle sind super komplex mittlerweile, also, ich habe ja gesagt, das, was die FED verwendet, 97 Gleichungen, 56 Parameter, also, das, was viele Mainstreamer zum Beispiel in Agenten-basierten Modellen vorwerfen, dass sie in der Blackbox sind und es da keiner mehr durchsteigt, sagt, naja, das ist jetzt bei den DSGE-Modellen auch so eine Geschichte, simuliert werden die mittlerweile auch alle und komplex sind die auch, die haben halt noch diese Gleichgewichtsannahme zum Check der internen Konsistenz, gleichzeitig so ein Check hast du jetzt durch die Stockflow-Konsistenz bei anderen Modellen auch, also, das sind alles dann irgendwie, auch hat man so das Gefühl, dass jede Seite wieder so ein bisschen Cherrypicking bezüglich ihrer Argumente betreibt. Also, sprich, ihr seht, die DSGE-Modelle, es gibt einfach schon einfach sehr viele Einknüpfungspunkte für Kritik, was ich persönlich damit rausziehe, ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie wirklich viele Leute, die sagen, es ist kompletter Bullshit, man kann damit gar nichts erklären, das ist eigentlich eine Zeitverschwendung, weil elaborierte Verarbeitung von exogenen Schocks, ich habe schon das Gefühl, dass man durch die Modelle was lernt, gleichzeitig diese Statements, es gibt keine Alternative, sind das Beste, was es gibt und so weiter und so fort, kaufe ich halt irgendwie, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt selber auch nicht überzeugend, da müssen sie, beziehungsweise ihr euch aber auch einfach selber eure Meinung bilden. Ich finde, was vielleicht jetzt noch wichtig ist, ist so ein bisschen ein soziologischer Punkt, ein wichtiger Grund für die Popularität ist halt wirklich, was diese Modelle geschafft haben, ist einfach so die perfekte Inkorporierung von Makro in die neoklassische Mikro. Also wir haben hier wirklich einen wunderbaren theoretischen Rahmen, bereitgestellt durch das neoklassische Framework und wir haben hier wirklich die Mikrofundierung der Makro in absoluter Reinform. Also das ist, denke ich, schon was, warum auch innerhalb des neoklassischen Paradigmas diese Modelle so unfassbar beliebt sind. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.